...ohne, dass das Leben sich selber seine Potentialität mit Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit erschaffen hätte als Widerstand, ist eben genau das der Sinn, ohne welchen es ansonsten nur den Unsinn des Nicht-Existenten und des vor jeder Existenz, die man bereits Vernichteten gegeben haben würde. Aber da es Widerstand gegen das Vernichtende gibt, den endgültigen Sieger, ist dies der Sinn oder das Sinnliche, den es gibt.